Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Tiefentaufgang in der Bibel. Jakobus sagt, dass der Glaube durch Werke vollkommen gemacht wird. Während Paulus sagt, es sei allein der Glaube, so lasst uns das Wort der Wahrheit richtig teil. Der Jakobusbrief hat in der gesamten Kirchengeschichte in der Christheit für große Verwirrung gesorgt. Die Hauptursache für Verwirrung war Jakobus' Sicht auf Glauben und Werke. Aber wer war Jakobus? Der Autor von Jakobus war Jakobus der Gerechte, ein Heilbrüder Jesus Christus, Galater 1,19. Nicht der Apostel Jakobus, der Sohn Sebedeos, Markus 1,19, der eine der zwölf Apostel war. So, Galater 1,18 und 19 machen wir. Hier geht Paulus nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen. So, darauf nach drei Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen Apostel, nur Jakobus, den Brüder des Herrn. So, Markus 1, dieser Kapitel sammelt Jesus seine Jünger zusammen. Vers 18. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgen ihm nach. Jesus natürlich. Der Apostel Jakobus wurde im Jahr 44 n. Chr. von Herodes Agrippa I., den Enkel von Herodes den Großen, zum Märtyrer gemacht. In Apostelgeschichte 12, 1 und 2. So, Apostelgeschichte 12. Hier landet Petrus im Gefängnis. Okay, wir beginnen über die zwei Verse. Vers 1. In jener Zeit aber legte König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Brüder Johannes, mit dem Schwert. Vielleicht ersetzte Jakobus der Gerechte nach dem Tod von Apostel Jakobus und nahm dessen herausragende Stellung ein. Dies ist aber Spekulation. Auf jeden Fall gehörte Jakobus nicht den ursprünglichen 12 und er war daher ein Apostel zweiter Ordnung. Zur Zeit der Apostelgeschichte 15 hatte er jedoch Petrus in Jerusalem abgelöst, denn er und nicht Petrus war im Jahr 51 n. Chr. für das Konsil von Jerusalem verantwortlich. Auf diesem Konsil trafen sich die Jerusalemer Apostel mit Paulus, um das Problem zu besprechen, Erlösung der Heiden uns durch Paulusdienst. In Apostelgeschichte 15. Wie die 12 war Jakobus ein Jude, der durch den Glauben an das Evangelium von Königreich, Matthäus 4, 23, 9, 35, gerettet worden war, dass Jesus der Messias war, wie es in Matthäus 16, 15 durch 17 steht. Basierend auf uralte Beweise wurde Jakobus früh geschrieben, um 45 bis 50 n. Chr. herum und ist chronologisch gesehen der erste Brief des Neuen Testaments. Es ist sicher, dass Jakobus vor 51 n. Chr. geschrieben wurde, denn sein Brief lässt darauf schließen, dass er weder das Evangelium des Paulus noch die anderen Lernen des Paulus kannte. Diese Tatsache wird durch Lukas' Bericht über das Jerusalemer Konsil bestätigt, See Apostelgeschichte 15. Jakobus schrieb an Juden. Schaut auch die Studie der biblischen Hermeneutik und wie sie gemacht wird. Dadurch wird die Bibel für uns zum vollständigen Verständnis entschlüsselt. Ungeachtet dessen, was viele Christen glauben und lehren, hatten die Zwölf nie einen Dienst für die Heiden. Sie dienten nur Juden. Paulus war der einzige Gesandt zu den Heiden. Es gab nur ein oder zwei Ausnahmen. Die Jerusalemer Juden und diejenigen unter ihrer Führung würden die Juden dienen und Paulus würde die Heiden dienen, Galater 2, 7 durch 9. Diese Wahrheit wird durch die Einleitung von Jakobus' Brief offenbart in Jakobus 1, 1. Galater 2, 7 durch 9 Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich, Paulus, mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit denen an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und dass sie die Gnade erkannten, die mir, Paulus, gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Jakobus 1, 1 Zuschrift und Grüß an wen? Vers 1 Jakobus, Knecht, Nicht-Apostel, Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt wen? Die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Ein paar Dinge sind aus Jakobus' Aussage bemerkenswert. Das erste ist, dass Jakobus an Juden schrieb, nicht an Nichtjuden. Das zweite ist, dass alle zwölf Stämme angesprochen wurden, eindeutig. Auch Petrus wandte sich am Pfingsttag ganz Israel, nicht an einer oder zwei Stämme, wie wir sehen in Apostelgeschichte 2, 36. Okay, so soll nun das ganze Haus wer? Israel. Mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Um dies zu bestätigen, fahr mir hoch zu Vers 14. Dann sehen wir, an wen Petrus predigt hier. Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf und erhob seine Stämme und sprach zu ihnen, Ihr Männer, von wo? Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Eindeutig, Juden, Petrus zusammen mit den anderen Elf sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und Jerusalem. Mitglieder der 12 Stämme, an die Jakobus schrieb, wurden aufgrund von Angriffen heidnischer Mächte zerstreut, die Esfora, Zerstreuung. Einige gingen aufgrund der syrischen, ca. 740 v. Chr. und babylonischen, ca. 600 v. Chr. Gefangenschaft ins Ausland. Viele von denen Jakobus und Petrus schrieben, waren Juden, die aufgrund der Verfolgung aus Israel fliehen müssten. In Apostelgeschichte 8.1 können wir das nachlesen. So, Apostelgeschichte 8. Hier war Paulus noch Saulus und er war noch nicht gerettet auf der Straße zu Damaskus. Okay, Verfolgung in Jerusalem und Zerstreuung der Jünger. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt und an jenen Tagen erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in wo? Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Der größte Fehler, den den meisten in Sachen Glauben und Werke machen, besteht darin, die Aussagen des Jakobus mit denen des Paulus in Einklang zu bringen. Betrachten wir jetzt die folgenden Aussagen, die erste von Paulus und die zweite von Jakobus, Römer 3, 28 und Jakobus 2, 24. So, Römer 3, die berühmte Passage über Rechtfertigung, hier 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. So, gehen wir jetzt zu Jakobus. Und Jakobus schreibt, So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Hm. Jakobus schrieb seinen Brief vor den Paulusbriefen und Apostelgeschichte. Er kannte nur das alttestamentliche prophetische Programm, das Evangelium vom Königreich und das mosaische Gesetz. Er wusste nichts von den Geheimnissen des Paulus oder dem Evangelium der Gnade. Das Thema oder der Zweck des Jakobusbriefes bestand darin, Juden zu ermutigen, Prüfungen mit Glauben und Weisheit zu ertragen, die zur Freude führen würden, Jakobus 1, 2 und 5. Ausharren wird auch erwähnt. Kommt bekannt vor, oder? Wer muss ausharren in den Schubsaal? Okay, Matthäus 24, Ölberg-Diskurs, auch Lukas 21 und Markus 13 sind Parallelkapiteln. Wir schauen erstmal Vers 13 an. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Nun, manche werden sagen, guck mal, die Heidenvölker sind in der Trübsaal. Ja, stimmt, aber das sind diejenigen, die nicht geglaubt haben vor der Entrückung. Natürlich wird es Heiden geben während der Trübsaal. Wir können in dieser gleichen Passage sehen, die Siegel, die erste Hälfte der Drangseil. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, hab acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Erster Siegel. Ihr werdet aber vom Kriegen und Kriegesgerüchten hören. Hab acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Zweiter Siegel. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere und es werde hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dritte Siegel. Hungersnöte. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangseil preisgeben und euch töten. Märtyrer. Vierte Siegel. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meinen Namenswillen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil ihr Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in viele erkälten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wir sind schon gerettet. Wir sind in das Zeitalter der Gnade. Wir müssen nur glauben an das, was Jesus getan hat. Und wir sind gerettet. Diese Leute müssen bis zum Ende ausharren. Die Juden. Der Ölberg-Diskurs war nie für den Leib Christi gedacht. Okay, Jakobus, Kapitel 1. Vorhin waren wir hier und haben gesehen, dass Jakobus schreibt an die zwölf Stämme. Israel. Die Juden. Okay. Vers 2. Meine Brüder, achtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes, was Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein verkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Eine detaillierte Untersuchung der Paulusbriefe im Vergleich zum Brief des Jakobus weist unbestreitbare Widersprüche auf, sofern es keine doktrinäre Trendlinie gibt. Richtig teilen ist hier der Schlüssel, 2. Timotheus 2,15. Strebe eifrig danach, dich Gottes bewährt zu erweisen als ein Arbeiter, der sich nichts zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Alle, die behaupten, Werke seien für die Erlösung oder Bewahrung der Erlösung unerlässlich, greifen immer auf das Buch Jakobus zurück. Sie tun dies, weil Jakobus sagt, dass Werke erforderlich sind. Paulus sagt genau das Gegenteil. Paulus sagt, dass der Glaube rechtfertigt. Römer 3,20a, Römer 4,6, Galater 2,1,16a, 2. Timotheus 1,9a, Apostelgeschichte 13,39, Römer 4,5, Römer 3,27 durch 28 sind nur ein paar Verse. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, den Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnete. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir ein Christusglaubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt wurden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Rüf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Glaube, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und von allen, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden könntet, wird durch diese jeder gerechtfertigt, der glaubt. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, den wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Wo bleibt nun das Ruhm? Es ist ausgeschlossen durch welches Gesetz, das der Werke, nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Die Schlussfolgerung des Paulus ist klar, der Lösung kommt nicht mehr aus Werken, das war früher so. Aber jetzt rechtfertigt allein der Glaube. Jakobus ist aber genauso klar wie Paulus. Jakobus 2,24 So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Autsch! Was macht ein Christ, der seine Bibel nicht teilt mit diesem Vers? Die meisten würden sagen, vergisst, was da steht. Das ist es, was wirklich bedeutet. Ein ehrlicher Christ wird dem Widerspruch zugeben und dem biblischen Gebot gehorchen, richtig zu teilen und der Sache auf den Grund gehen. Jakobus ist eine Lehre für die Trypsal. Der Kontext zwischen zwei Kapiteln zeigt, welche Art von Werken gepaart mit Glauben nötig sind, um einen Menschen zu rechtfertigen. Er beginnt mit Jakobus 2,1 Jakobus 2,1,3,7 beschreibt mangelnder Respekt vor der Person als eines der Werke, die zur Rechtfertigung beitragen. Das königliche Gesetz gemäß der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, Jakobus 2,8b, ist laut Jesus das zweite Gebot, auf den der ganze Gesetz und die Propheten berühren, Matthias 22,40. Wenn eine Person jedoch Respekt vor Personen hat, begeht Sünde und ist als Übertreter vom Gesetz überzeugt, Jakobus 2,9b. Dies ist definitiv das Gesetz von Moses. Schauen wir uns das jetzt an. So, Jakobus, beginnen wir bei 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr Recht. Wenn ihr aber hier eine Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber an einem verfehlt, der ist an allen schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht ehrbrechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht dir ehrbrichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Merkt euch das Wort Gericht. Der Trübsal, ne? Wir können definitiv davon ausgehen, dass das Gesetz auch während der Trübsal wieder gelten wird. Zumindest für die Juden. Jakobus stellt weiterhin eine hypothetische Frage. Jakobus 2,14 So, Glauben und Werke. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Ja, laut Paulus. Nein, laut Jakobus. Jakobus 2,17 So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Jakobus führt zwei konkrete Beispiele aus dem Alten Testament ein, um die Notwendigkeit zu verdeutlichen, das Glauben mit Werken zu verbinden. Er stellt klar und deutlich fest, dass Abraham und Rahab durch Werke gerechtfertigt wurden. Jakobus 2,21 machen wir bis zum Ende des Buches. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf den Alter darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllt sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist es nicht eben so, die Hure, auch die Hure Rahab, durch Werke gerechtfertigt wurden, da sie den Boten aufnahm und einen Weg hier entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, ist auch der Glaube ohne Werke tot. Jetzt werden alle Werke im Fleisch getan. Seht ihr auch den Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus? Gegen Galater 3,2 und 3. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung von Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Jakobus sagt, dass der Glaube durch Werke vollkommen gemacht wird, während Paulus sagt, dass Werke den Glauben nicht vollkommen machen können. Es muss eine Teilung da geben. Das Buch Jakobus hat im Laufe der Jahrhunderte viele Gläubigen verwirrt. Martin Luther sogar hat damit so große Probleme, dass er drohte, damit ein Feuer anzusünden. Aber in diesen letzten Tagen hat der Herr die doktionäre Anwendung des Buches, so wie einige andere, der die Trübsal offenbart. Wenn wir diese neutestamentlichen Werkeverse an der richtigen Stelle platzieren, richtig teilen, ergibt die Bibel vollkommen Sinn und wir können die großartige Absicht vom Gottesplan erkennen. Die Trübsal wird eine sehr schwierige Zeit für jemanden sein, der versucht, für Gott zu leben. Christus erklärte in Matthäus 24,21, dass diese Zeit Schrecken und Tod in einem Ausmaß beinhalten wird, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Wie wir gesehen haben, nach Jakobus, wird der Glaube allein in diesem Zeitraum von sieben Jahren nicht ausreichen, um die ewige Erlösung dauerhaft zu sichern. Wahrscheinlich wird der Glaube zunächst das Mittel sein, mit dem der Gläubige gerettet wird, aber sein Glaube muss ihn zu richtigen Werken motivieren, um die Erlösung zu bewahren und er muss die Treube folgen, um bis zum Ende auszuharmen. Es gibt viele Verse im Neuen Testament, die darauf hinweisen, dass jemand seine Erlösung verlieren kann. Sie müssen irgendwo hineinpassen und die Trübsal ist der Ort. Erinnern wir uns an die Kapiteln 24 und 25 des Matthäus-Evangeliums und an die Kapitel 3, 6 und 10 des Hebräerbriefs? Die Trübsal ist der Ort, an dem sie alle doktrinär gelten, die Zeit der Drangsaal Jakobs, nicht der Drangsaal der Kirche. Auch hier kann in der Bibel jemand seine Erlösung verlieren, aber es handelt sich nicht um eine wiedergeborene Christen. Während der Trübsal wird der Erlösung wie der Erlösung unter dem Gesetz ähnen. Da keine Regeneration mehr möglich ist, weil der Heilige Geist nicht mehr in einem wohnt, wird im Inneren des Gläubigen nichts geschehen, was seine Erlösung sichern konnte. Heiligung. Obwohl der Trübsal-Heilige nicht auf Kredit gerettet wird, wie es im Alten Testament der Fall war, weil die Söhne Christi inzwischen erfolgt ist, wird er dennoch auf Probebasis gerettet, so wie es im Alten Testament der Fall war. Der Glaube an Christus wird nur der erste Schritt in seinen Erlösungsprozess sein, denn zusammen mit dem Glauben muss er die Gebote Gottes halten. Schauen wir diesen klaren Passagen in die Offenbarung an. Offenbarung 12, 17, 14, 12 und 22, 14. Hier ist das standhafte Aushahn der Heiligen, das wären die Heiligen in der Trübsal. Hier sind die, die welche, was? Die Gottes Gebote ist und den Glauben an Jesus bewahren. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Da sich hier wiederum um eine jüdische Dispensation handelt, Trübsal, Jakobsdrangsal, muss es hier die Szengebote und andere in die Gesetzgegebene Gebote des Mose sein. Nichtjuden werden wahrscheinlich nicht dazu verpflichtet sein, die eindeutig jüdischen Gebote zu befolgen, aber sie müssen die moralischen Gebote dem Umfang befolgen, in dem sie sie kennen, selbst wenn ihr Gewissen ihr einziger Leitfaden ist. Erlösung für immer verlieren Der wahrscheinlich schnellste und sicherste Weg für jemanden in der Trübsal seine Erlösung zu verlieren, besteht darin, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Wer dieses Mahl annimmt, ist den Untergang geweiht und hat keine Hoffnung auf zukünftige Erlösung. Offenbarung 14, 9 durch 11 Und ein dritter Engel befolgte ihn, der sprach mit lauter Stimme, Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine rechte Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in den Kelch seines Sornes und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor den Lamm. Jemand in der Trübsal mag durch Glauben plus Werke gerettet werden und das Zeugnis von Jesus bewahren, aber in dem Moment, in dem er der Versuchung nachgibt und dieses Zeichen empfängt, ist der Tod verloren. Jeder bedeutet in Offenbarung 14, 9 Jeder Ein Person könnte alles verlieren, indem er das Mahlzeichen annimmt. Dies allein bedeutet, dass die Erlösung in der Trübsal nicht mehr so sein wird wie heute. Selbst mit diesem Glauben und diesen Werken werden sich große Menschenmengen verweigern, das Mahlzeichen anzunehmen und als Folge davon werden die meisten von ihm getötet werden. Offenbarung 13, 15 und 20, 4 Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres ein Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Und sie sah Drohne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah, die Seelen derer, die enthauptet wurden, waren um das Zeugnis des Jesu und um das Wort des Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen wieder auf ihr Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Motiviert durch Eifersucht und Stolz wird das Tier die Gläubigen ohne Hemmung in großem Stil abschlachten. Offenbarung 13, 7 Aber selbst dies wird manche nicht vom Glauben an Jesus abhalten. Außerdem wird es während dieser Zeit 144.000 jüdische Missionäre geben, die von Gott versiegelt und beschützt sind und das Evangelium des Königreichs nicht das Evangelium der Gnade Gottes predigen. Und die zwei Zeugen, höchstwahrscheinlich Moses und Elia, die Zeichen und Wunder vollbringen und verkünden die Wahrheit für die Welt. Es wird eine völlig andere Situation sein als heute, denn wird es einen oft sehr viel kosten, gerettet zu werden, wahrscheinlich sogar das Leben. Dennoch werden viele ihr Leben nicht bis zum Tod lieben und sich weigern, Gott zu lästern, indem sie das Mahlzeichen annehmen. Wie Jakobus sagte, werden sie ihr Glauben durch ihre Werke zeigen in Jakobus 2, Azzing. Kurz gesagt, die Erlösung in den Trübsal wird erreicht und gesichert, indem man an Jesus als Erlöser und Messias glaubt, die Gebote hält und tut, was man für richtig hält und das Mahlzeichen des Tieres um jeden Preis meidet. Gelingt es einem Menschen nicht, diese Dinge zu tun und bis zum Ende seines Lebens oder der Trübsal treu durchzuhalten, kann dies einem Menschen alles kosten, was er erreicht hat. Viele lernen heute, dass Gläubige des Kirchenzeiteiters die Trübsal durchmachen werden. Wenn ja, können sie laut Offenbarung ihre Erlösung verlieren, wenn sie das Mahlzeichen annehmen. Dies widerspricht der Gnade, die wir jetzt schon haben. Jakobus ist eindeutig Trübsal-Lehrer für im Ausland verstreute Juden. Der allererste Vers sagt uns dies. Zwei verschiedene Zeiten für zwei verschiedenen Völker. So, das war es also mit diesem Video. Ich hoffe, es war zumindest vor einiger erbaulich. Ich liebe euch allem Herrn. Bis zum nächsten Mal. Maranatha!